Musik-Memory spielen wir jetzt. Ja, ich glaube so. Was ist? Nichts. Ich rede mit euch, ja. Wir gehen hier rüber. Es wird entspannt. Wir setzen uns hin. Einmal rot, einmal blau. Da sind wieder die schönen Zahlen, ne? Ja, aber das ist halt mit Zahlen nicht wirklich schlimm. Es geht um Memory, was ich merke. Das klassische Memory-Spiel und die Zahlen sind im Prinzip sogar eine Hilfe. Also, ihr seht hier 42 Felder. Hinter jedem Feld verbirgt sich ein Musik-Schnipsel. Zwei Musik-Schnipsel sind immer gleich. Es gibt also 21 Pärchen. Die müsst ihr jetzt genau finden. Ihr tippt nacheinander immer zwei Felder an. Also erstmal eins, kurz die Musik abwarten. Dann fällt Nummer zwei. Kurz die Musik abwarten und dann gucken wir, ob es richtig ist oder nicht. Wird ein Pärchen aufgedeckt, bekommt man einen Punkt und man darf weiterspielen. Wer als erster elf Pärchen aufdeckt, gewinnt das Spiel. Die Münze entscheidet, wer anfängt. Ich habe fast Alzheimer's. Oh, jetzt schon. Oh, du fängst an. Also. Kopfhörer an. Dann könnt ihr besser hören. Müsst ihr nicht. Aber zum Konzentrieren ist es eigentlich besser, Kopfhörer aufzusetzen. Dann hört ihr auch nichts. Und jetzt konzentriert euch auf das Spiel. Also eins und zwei bitte. Den machst du selber. Ich mach's selber, oder? Super. Ja, 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 ja. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Die hab ich mal am Eichelwing gesehen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gehört hab, das Lied, weißt du? Ach so. Es war schon mal auf jeden Fall hier, das stimmt, aber ich weiß nicht, ob es die gleiche Taste war oder woanders. Aber wir haben's ja heute schon mal gehört, das stimmt. Das ist jetzt eben die Frage. Ich weiß es nicht mehr ganz, aber ich versuch's trotzdem. Das spielt sich viel in der Ecke daran. Und das ist ja hier, ne? Ich weiß es nicht mehr. 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 Oh, war das. Are you serious? Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Woo-hoo! Leider jetzt auf dem Spiel. Den hatten wir ja auch schon. Aber wo war er? Ich weiß es nicht. Ja. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Das kann ein bisschen dauern. Was war hier denn? Hatten wir auch noch nicht, ne? Sag mal, es ist ja hier. So, jetzt aber. Jetzt aber was, Elton? Ja, wo war denn? Warte, warte, warte. Ich weiß nicht, manche schon wieder gar nicht mehr. Du weißt noch alles? Nee, tatsächlich nicht. Ja, ein. Ein Pärchen hättest du? Gar nicht. Hier war das. Ich habe auch manche Dinger noch gar nicht mehr gedreht. Aber ich weiß gar nicht welche. Mach mal ein neues. Ja, das war das. Ja, das war das. Ja, das war das, ja. Ich weiß nicht, manche Qulaughs. Fierte mal. Ja, ja. Ja, ja. Ayo, Captain Jack, Ayo, Captain Jack Weißt du es, Robin? Weißt du es? Weiß ich nicht Den hatten wir aber noch nicht, oder? Weiß ich nicht Jesus Christ Weißt du, wo er jetzt, oder? Weißt du diesen? Das ist nicht mein Spiel, Robin Don't go chasing Das weiß, glaube ich Anskutten Was sie heute lernen, sind ein paar Schimpfwörter auf Isländisch Drücken wir immer denselben? Oder haben wir den schon mal an einer Stelle? Ich sag nichts Vielleicht auch irgendwelches deutsches Song hier Ist das kein deutsches Song? Holland Wolfgang vergessen Jetzt hast du den, glaube ich, schon fünfmal Oh, ein Fehler Warte, warte, geh mal weg Wir haben einen Fehler, kriegen wir das irgendwie zurück? Ah 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 So Hm Ich dachte, ich würde es lieber so anders Ah man ne aku Leute, vier zu zwei steht es übrigens. Wie viele Pärchen braucht man? Elf. Aber irgendwann geht es schnell, weil es werden immer weniger Pärchen. Die Hoffnung habt ihr. Die Hoffnung habt ihr. Da-da-da-da-da-da-da Hey. Das ist ja nicht. Ayo, Captain Jack! Ayo, Captain Jack! Was ist das? La-la-la-la-la-la-la-la-la Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Mh mh, mh mh, mh, mh. Weißt du das, Robin? Fuck, man, ich bin so schlecht mit diesem Spiel. Weißt du das, Robin? Ich hab ne Vorahnung. War das nicht? War das hier? Boah, den hab ich auch gar nicht drin. Ich auch nicht. Ich denke immer, das ist es, Mann. Ich bin doch nicht mehr normal. Fünf, vier. Ein bisschen Spaß muss sein. Den habe ich auch gemacht. Genau. Was ist das? Scheiße, Mann. 5-5, glaube ich. Ist nochmal dran. 5-5. Weiß ich gar nicht. 5-5. 5-5. Das ist hier. 5-5. Ich muss zum Arzt danach. 5-5. Ja, ich weiß, dass das da schon mal mit Sicherheit gegeben hat. Aber wo, Mann? Ich glaube, die spielen die falschen Songs. 5-5. Ein bisschen Spaß muss sein. Den habe ich doch schon mal gehört. Aber wo denn? Ein bisschen Spaß muss sein, aber nicht in diesem Spiel. 5-5. 5-5. 5-5. 5-5. 5-5. 5-5. 5-5. 5-5. 5-5. Ich habe jetzt diesen Song. 6-6. Super. 6-6. 5-5. 6-6. 5-5. 5-5. 5-5. 5-5. 6-6. 7-6. 8-7. 8-7. Aber wo ist denn die zweite Karte dazu? Haben mich irgendwas noch nicht aufgedeckt. Sag mal. Die vielleicht. 8-7. 8-7. 9-8. 9-8. 9-9. 10-8. 10-8. 10-8. 10-9. 10-9. 10-9. Boah, diese Mucke, alles schon. Magie, Jesus. Das war's für heute. Ja, ich bin genau so. Haben wir schon mal gehört. Das haben wir schon mal gehört. Keine Ahnung. Das muss lebt, das muss raus. Ich kann es nicht mehr. Das hatten wir schon noch. Was war 32 noch mal? Versuch mal. Hähnchen süß-sauer. Das war das gleiche, oder? Eieiei, Leute, Entschuldigung. Ich weiß es wieder nicht. Ich weiß es wieder nicht. Was denn? Dieses Lied da. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehabt. Nur acht Mal. Ja, das Frage ist, wo ist da... So, jetzt wird es, sagen wir mal, Geist, man, ich bin so bescheuert, man. Jetzt haben wir doch fast alle durch. Ja. Hallo, ich kann sie alle verstehen. Ich kann sie sogar sehr gut verstehen und hören. Es klingt, es ist alles gleich. Ja. Boah, meine Fressen. Ai, 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 ai. Nein, damit nehme ich nicht. Ich meine, als Außenstehender ist es vielleicht immer. Auch ein bisschen einfacher. Ich habe keinen Druck. Das ist wieder da. Ja, jetzt ist es wieder da. Ey, yo, Captain Jack. 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 8 zu 6. Drei Pärchen brauchst du noch. Danke. Ruhe im Publikum. Ruhe im Publikum. Das war irgendwie hier. Auf dem Tisch hier so, ne? Hier ist es auf dem Tisch. Irgendwo. Nein, in diesem Bereich. Einen von diesen. Ja! Sehr gut. Sehr gut. Noch zwei. Hallo. Irgendwann reicht's. Weil irgendwann, wenn es unterhält, muss er dann die Karte drücken. Das ist nur fair dem anderen gegenüber. Also lieber ruhig sein hier im Publikum. Stimmt. Ein Punkt. Das hat einen Aus. So, jetzt kannst du alles klar machen. Ja, könnte ich. Scheiße, da hab ich jetzt wieder einen anderen erwartet. Verdammt noch mal. Strenge die hier so an. Fuck, bin ich aufgeregt, Mann. Ich bin ratlos. Ja. Woher. Memoryspiel? Okay. Dieses Lied kotzt mich so an und ich weiß nicht mehr, wo es war. Ich weiß nicht mehr, wo es war, da war es aber glaube ich nicht. Schade. Jetzt, da ist es, oh mein Gott, Jesus Christ, das waren die elf Pärchen. Uiuiui. Boah, meine Hirn. Kopfschmerzen. Da kriegt man Kopfschmerzen. Ohne übertrieben. So. Feuerpunktbestand. Das war aber schnell. Das ging schnell. Das ging schnell. Das ging schnell. Das ging schnell.